Hallo. Herzlich Willkommen in unser Eichhörnchenfeld. Hallo. Braucht ihr einen Führer? Ja, wir kennen uns nicht so gut aus. Gut, dann bin ich mal der Führer. Ich bin Bim Bam, der Führer. Ich führe euch nun durch die schöne Eichhörnchenfeld. Es kommen immer sehr viele Besucher. Hier hoch. Hier wohnt der König auf dieser grünen Insel. Hier gibt es auch viel zu sehen. Das ist nämlich unsere Stadt. Wir gehen mal weiter. Jetzt gehen wir in eine Privatanlage. Die gehört Moos verfressen. Der sitzt eigentlich nur an der Futterbude. Und holt immer Moos. Also hier ist unser Spaßpark. Und da könnt ihr bummeln gehen. Hier ist auch eine Seilbahn. Die führt dann zum Wasser. Wo ihr mit dem Schiff zum Beispiel fahren könnt. Was wollten wir gerne machen? Wir wollen erstmal eine runde Schiff fahren. Nicht in den Spaßpark. Da gibt es auch eine Futterbude. In den Spaßpark. Gut, dann hier durch. Durch den Eingang. Was wollen wir heute übernehmen? Gessen beim Baden. Was? Baden. Baden. Wollt ihr wieder in den Spaßpark? Nein, das war so groß. Ihr könnt hier rein springen. Das macht Spaß. Fuiiii. Psss. No. Nochmal. Psss. Das macht keinen Spaß. Oder ihr geht zu Moos verfressen. Spaßpark. Dann rutscht man hier ins weiße Moos. Hier kann man baden. Schön. Herrlich. Schiff. Okay, jetzt hier. Okay, hier. Juhu. Vielleicht auf dem Video. Vielen Dank.